Daumen! Hab ihn! Der wurde aufgegeben oder was hat er gemacht? Hallo und herzlich willkommen! Ich bin der Kameragam und willkommen zu meinem Gameclipsen-Kanal. Jetzt gibt es hier eine Runde Fortnite bei L'Oreal mit den DJ-NOS der Hightower und Jojo Troll heißt er hier mit seinem Nickname von Playstation, nee gar nicht Playstation Er hat wie ein Computer gespielt Er ist ein Zuschauer von Nossi Er hat mich da gerade gestreamt Schaut einfach mal rein Es ist sehr geil Viel Spaß! Bin ich jetzt wieder besser zu hören? Ja Ja Meine Fresse, mit euch ist auch was los Kriegt man ja Durchfall in den Ohren Durchfall? Aber Jason, du hast glaube ich irgendwie ein bisschen Geräusche, ne? Mikrofon, oder? Nein, wieso? Na, weil dann, wenn der Mic offen ist, dann wenn man so ein Schhhh, so leicht Rauschen Der warte mal kurz dann Hm? Ey, ich stelle euch mal ne Frage Warum riecht man seinen einen Forts eigentlich Lieber als von anderen Leuten Das musst du für dich, das musst du für dich selber beantworten können Hey, ist doch ne ganz normale Frage Wer hat eigentlich deine Feit? Ich Und, hast gewonnen? Nö Doch Oh Oh, und seit wann ist denn hier ne Dance Floor, Alter? Ghetto Floor hier Ghetto Blaster Floor? Mhm We gonna fight For you white To party Du 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 Aber leute nicht vergessen, wir spielen jetzt gegen PC-Spieler auch, ne? Ist das nicht sowieso schon seit eigentlich den neuen Season Ja, hast du das normal oder da? Ist das sowieso, ist doch alles gemischt Schon seit lang Stimmt das, so war das, ne? Junge, hörst Ja, aber jetzt haben wir es ja verstärkt, wahrscheinlich Versteht Ja, direkt drauf nicht Versteht Oh mein Gott, hier sind wir Kommst du klar nach sie? Okay, muss ich helfen Oh man, nimm doch nicht diese Pisse auf Ich komme What the fuck He is down Ich wollte gerade mit meinem Kills Ich wollte gerade mit meinem Kills Maschinenpistole Dankeschön Ich hoffe der Guck mal, jetzt hat er wieder Maschinenpistole Spezialist Aber keine Ahnung Oh, hier ist ein Lama am Strand Oh, hier ist ein Lama am Strand Oh, lol Weg Das müssen wir feiern 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 Ja, noch sie, ich presse das rein, Junge Du hast noch gar nicht Ja, erst die Minis, das macht mehr Sinn, ne? Ja, warte, ich Warte, ich presse mir alles rein, was geht Geh weg da Ich darf sogar Zunglücken Stimmt Sohn ist Lucky Lucky Sohn ist Lucky Lucky Will keiner mit mir spielen? Mit dir? Achso, ja, Lolle, komm Hallo Ah Oh mein Gott Der hat mich getroffen, der Ball Ist das scheiße Ist das bescheuert Oh Mann, der Mixer hat mich auch noch getroffen Weiß noch, sie steht vor mir und er trifft aber mich Total dumm Ja, ich hole mir die Gerne Ja, das stimmt gut Das ist natürlich auch lecker, ey Boah, hier ist eine schwarze Kiste Ne doch nicht, das war einfach nur so ein scheiß Automat Äh, hier Dings Toll Diese Scheiß, diese scheiß Kühltruhe Achso, ja Guck mal hier, der hängt auch hier fest Ui, ist wieder raus Zack Das ist ja Lull Das ist ja auch mal Lull Ich finde es geil, wie man so eine Physik halt einbauen kann, ne So, dass der Ball halt eben so Wirklich fast echt Das ist ja unglaublich, Junge Ey, hier ist noch ein Madcats für irgendeinen, der es tragen will Ja, ich habe noch einen Free Free like the wind Nossi, wurdest du hier nicht eigentlich beim Skaterplatz nennen? Nö Hat jemand Rockets für mich? Also eigentlich ja, aber nö Ja, ich habe zwei Rockets Ist mir die geben? Kommen sie ran, kommen sie ran, kommen sie ran Ey, wo willst du hin? Du sollst mir die Scheiße geben Ich habe auch noch Rockets Ich? Nossi, wollte man ja auch schlecht welche geben, aber irgendwie Da sind es welche Stundenlang hinterherrennen und battle Kriege ich die auch einigen So, ja, ist wie die Sens haben wir abgekalkt hier Jason, ist dein Spitzname Jojo oder was wegen der Name hier? Äh, weiß ich ne, also Eigentlich kam das mehr von der Xbox So, ich habe irgendeinen Namen Halt einfach rausgesucht, was irgendwas mit meinem Namen halt zu tun hat Jason Mhm So hat sich das halt ergeben, weil nicht irgendwas halt frei war Ja, das ist manchmal manchmal echt schwierig, ne, sich so einen Namen so zu machen, so Oder mal einen Namen auszudenken Ja, damals habe ich mich einfach Breine S genannt und im Endeffekt war ich dann eigentlich noch nicht zufrieden damit Und ob das Playstation das endlich mal eingekriegt hat, dass man das ändern konnte, ne? War ja ekelhaft Ich hab meinen Namen damals in der Schufe gekriegt Ich hatte in der Schufa, wolltest du gerade sagen Ne, ne Ne, ich kam in der Schufa und da haben sie mich Hightower genommen Weil ich so, weil ich so hohe Schulden hatte Ja, keine Ahnung Ist das kacke Ist das Bescheid Das ist wirklich kacke, ey Fertig dumm, ey Wollen wir zum, äh, Holly? Ey, hier sind noch Kissen bei mir Ja, hier zu diesem, äh Oh, hier ist ein Big Ness, hier ist ein Big Ness, hier Jojo Du brauchst ihn mehr als ich, ey Blaupistole noch Mh, 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 mh Ich hab Bodyguard Das find ich gut Ne Weißt du, jetzt sind die Schuhe, äh Ich will dich aber, ich will dich aber bloß looten, wenn du stirbst, ne? Mh, 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 mh Ich hab's schon mal gelb Ja, wir haben so'n Glück Ja, und das ziehe man sich in den Endlocken holen Das ist doch nix neues Ich hab schon vor drei Minuten, so Vor drei Minuten, ey Ui Toll Was locket Moni? Ja, ich jetzt ich habe fünf fünf ich habe sechs stück ich bin voll bin voll zu scheiße thomas von wo wo dann sagt noch sagt doch wer gerade gebaut am haus ach ja ich sehe ich sehe ich sehe ich komme runter ich komme runter die kommen runter lassen dass das zu ich habe ich habe ich habe Jo, hat es Geil, ist unterstützt Gut, einer ist tot Ah, down Down Habe ihn Der wurde aufgegeben oder was hat er gemacht? Ja, er hat aufgegeben Wenn alle mit dem Rocket auf ihn schießen Ich habe einen neuen Schuss Jo, drei Stück, drei Stück, drei Stück Hier ist eins Okay Wie viel Schuss hast du lassen? Hey, die Rockets Ein Schuss Ein Schuss Kriegst du hier vier Stück Habe ich noch sieben aus Einer hat mich hart gehöre mit seinem Scheiß Keine Ahnung was oder Irgendwas hat auf jeden Fall geschossen Auf jeden Fall hat er eine nach aufgegeben Ich hätte keinen Bock mehr Ich hätte keinen Bock mehr Wo alle Daumen waren Ah, die Zone Einfach los Hast du ja eine Biggie Fingern Nö Wir müssen uns wieder zurücklaufen Hey Heftig Habt du alles nachgenommen? Links oder rechts Ich wäre für den Linken, Junge Weil da sind bestimmt nicht so viele Die uns den wegsnacken könnten Stimmt Also sie sind alle bei der Burg gelandet 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 Naja, also ich Hab noch nie gesehen Das da hinten welche freiwillig hin landen Da ist doch nichts Du bist sowieso In Solo gelandet Was weiß ich Auch nicht In Solo noch nicht Doch Wenn ich sie geschrieben habe Und keine andere Wahl hatte Achso Achso Ja Doch der eine der da war Und mit mir rum geschwitzt hat Da Man schon Klingt einer die mit Ich hab drei Mad Kids Ja Ich hab jetzt fünf Minis Sehr schön Oh Ist ja hier noch Der nächste Der nächste mit dem Rocket Hier sind zwei Minis Habe ich Jetzt haben wir alle Fast im Rocket Oh da ist ein Slurp Komm lass uns voll machen Oh guck mal hier Oh geil ey Das Slurp kommt ja richtig geil Ey wir sind gleich alle 100 Das ist nice Geil Das ist toll ey Das ist Das ist auf jeden Fall Ehre Wir sind alle drauf Wir sind alle draufkloppen wie die bekloppt Richtig gierig Junge Das ist ein Da ist ein BYRLKW Barbara Das ist ein BYFRKW Ja das ist ein BYRKW BYRLKW BEYRKW JURKW AlB Bjeck gibt doch noch einen Kosten bouncy Also was los mit diesem Gravity April Wie gibt dir die Kraft und ausdaube Die gebraucht sind Warte warte hier Ich kann noch mehr etwas machen Sehr gut das aber keine zurück du spielst lieber mit einer mp als für die pferde ist die mp scheiße ja ich weiß aber ich mag die mp halt einfach ja aber das bringt ja nichts für die pferde das bringt ja nichts okay hinten kannst du damit nicht das ist wie so ein mückenstich wenn du die triffst es tut zwar ein klein bisschen weh aber die großen schaden gemacht hat es nicht so jetzt sind wir wieder hier und nun könnten da drinnen sind wir hier wollen wir auch ein spielt sich halt alles bei sweety sense wir müssen halt echt warten bis bis die zone durch ist weil dann sehen wir dass die insel ist wenn ich dann können wir agieren das können so das sagst du jetzt ist ein bisschen irgendwo versteckt doch da wird gebaut guck mal da baufeil oder weiß ich ja die beiden wie du kann ich das nicht machen an der chicken greiter boing servus da auch ganz oben guckst du dir an keine sniper das kostet ein bisschen an da lange und weil sie schießen wir mit dem rocken einmal auf da wir können auch alle mit dem rocken drauf schießen wir gucken was passiert das ist natürlich eine idee hier hinten kommt ein loot drop ja aber der ist außerhalb der zunge der eine ist außerhalb der zunge der eine ist vollkommen doch das ist toll bei mir nicht ja dann wartest du halt da wenn du dir so gierig bist mach ich auch guck mal da schießt auch einer mit dem rocken wo kam der schuss der kam von links da oben ist auch einer auf dem dach ah naja der eine hat den anderen anglisch hauptsache huhnsohn huhn was such'n ding ja der andere checken hat von einem kanal der heißt huhnsohn oh der ist weg oh auf mich wurde geschossen der ging ganz knapp unter meinen arsch so dass wir dann ist gar leider nicht aber immerhin und noch verdammte scheiße der hat gut getroffen jungen schnell bevor sie poschen ich kann im mädchen geben ja das sind die müssen laufen kommen jetzt kommen sie her wer hat da gesnipet und auch immer alleine das ist gar nicht so schlecht ja aber die mussten ja runter da müssen weg da jetzt ja ja der wird auch beschossen da eine vorsicht nur sie hau lieber ab da ja dann habe mich übelst das wollte ich dir nicht thomas ja deine das macht uns nicht gerade das macht uns nicht gerade gefährlich aber da kann ich habe ich nur noch eins das würde ich gerne für mich behalten falls ich mit so einer situation ich verbrauche meine ganzen minis ich verbrauche meine ganzen minis oh der eine hat sich gerade aufgehebt mit seiner kanone das sind doch noch zwei also das können wir schauen ach sind das nur noch zwei stimmt naja ich sehe auch los einfach rockets rein naja hab ich das sagt man so leicht auf einmal sind wir schon einen richtigen flex erheben ja Thomas zeigt schon mehr die besten Baukünste die ja holt die rockets raus wo sind die genau da wo die rakiert da wo die rakiert oh einen falschen haben jo einen hab ich getroffen scheinbar oh mein Gott einer ist down Ich kann kein Monster denn so dazu. Weil du dumm bist. Sehr schön. Ja noch ne Folge oder was? Ja. Geil. Jason. Möchtest du jemanden grüßen? Na der ich hoch da auf meinem kleinen Kanal. Nee. 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 Ich weiß auch nicht. Ich guck auch mal mit Statistik hier. Drei Kürze wie hoch. Ja gut, ja. Zwei Wiederbeleihungen. Ach ja, die zwei war ja dummer. Dankeschön. Wir werden uns nicht vergessen. Tschüss. Grauze. Untertitelung. BR 2018